ein video auf rafla singt laut und dann nämlich seht ihr nämlich wir sind nämlich im mehrspieler modus und zwar werden wir nämlich heute sehen was ist 10 spielen und das ist schon brillant bei 10 wo es 10 ist halt auch echt nicht einfach ich hab jetzt mal auf zufall also was da rauskommt ja ich hoffe ich bin da gehe ich bin ich hoffe ich bin da gut ich wechsle jetzt noch mal kurz die waffe ich habe jetzt meine waffe gewechselt und hier ja bevor ich bevor das video noch mal beginnt wirklich gibt es noch mal eine herausforderung die euch machen sollte die exklusiv für br battle royale und diese könnte machen die zeige ich euch mal so und zwar ist es nämlich diese herausforderung und in dieser herausforderung und diese herausforderung ich habe damit schon fast alle fertig hier ich muss jetzt hier vielmehr noch im skiort landen einfach ja macht am besten schnell weil es nur noch einen tag verfügbar und 14 stunden oder auch wahrscheinlich früher wahrscheinlich früher deswegen macht sie schnell weil sonst habe sie dann nämlich nicht ja und hier sind noch diese neuen modus sind noch rauskommen noch die bald hinzukommen auf jeden fall schnell vorher da freue ich mich richtig schnell feuer ja und dann let's go so leute wir sind jetzt schon bereits jetzt eigentlich schon ein match schon drin so wird wird schon übernommen ja jetzt kann halt ein bisschen backen weil irgendwie ist mein handy diesmal nicht so motiviert einfach ihr habt ja gesehen das leckt bei mir ein bisschen halt ich bekomme auch bald ein neues allerdings wird das noch dauern etwas aber ich kann euch versprechen es kommt auf jeden Fall neues also wie die da alle so schlau hochklettern oh mein gott ist noch einer ich habe ihn noch gerade noch rechtzeitig was kann man machen bei mir leckt ist einfach das hätte ich denn eigentlich aber ok ja und dann nehme ich werde ich nämlich bald ein samsung galaxy s 20 kommen ja und bevor ich jetzt darüber mehr über das detail sage also das ist ja also mein gott wo haben die mich denn abgeschossen sieht man auch nicht wirklich ja zuerst kommt man das samsung galaxy s 20 und falls ihr nicht wisst wie zehn wo es hingeht man spielt mit zehn leuten und gegen zehn leute so gesagt du bist trotzdem tot ja und da hat man also verschiedene möglichkeiten cds leckt bei mir einfach immer ja und man kann da hat man da auch verschiedene spielmodus möglichkeiten also wird niemanden langweilig halt deswegen ja und und ich habe ja auch gesagt samsung galaxy s 20 da werde ich auf jeden fall nicht mehr legen auf jeden fall da werde ich auch viel besseres aiming haben viel bessere flüssigkeit aber auch grafik was angeht einfach es ist momentan einfach wegen den lecks zum beispiel ich treffe die schüsse nicht mehr obwohl sie eigentlich treffen ja deswegen brauche ich ein neues in die weil das einfach nicht mehr möglich ist mit dem weil es einfach nicht mehr vertikal einfach mehr steuerbar ist ja deswegen brauche ich ein neues einfach Ja Zeitenwechsel Ja und so wird das wahrscheinlich sein ich werde viel flüssiger spielen können Es wird aber allerdings noch einen monat dauern weil Wie gesagt ab 17. Februar werde ich abnehmen Nämlich weil 17. Februar Aschermittwoch Weil ich bin nämlich katholisch Also falls ihr noch nicht wusstet Ich spiele zwar COD aber das ist eigentlich egal Eigentlich spiele heutzutage jeder halt Shooter und so Aber ich bin auf jeden fall katholisch Oh mein gott Oh mein gott Oh mein gott Oh mein gott Komm verbrenn bitte Ähm ja Aber Es wird schon wieder besser Oh mein gott Oh mein gott Ja ich hab ihn Ja das einzige was das Problem sein wird wahrscheinlich Ist wahrscheinlich wahrscheinlich mit der Account Verknüpfung noch Das Geschütz hat mich nicht ernsthaft nach hinten auch noch geschossen Der ist toll als Cheater geschützt Einfach was ich habe Warte ich mach es weg Ich komm hoch Ja Wird sämtlicherweise durch die Wand geschossen Und bei mir hilft es überhaupt nichts Schaut Schaut Es leckt einfach bei mir Es leckt bei mir einfach jedes mal 10 Wurz 10 Modus Einfach schlecht deswegen kann ich es auch nicht unbedingt spielen Halt was es auch einfach angeht Nur weil mein Handy wirklich mit fit ist Schaffe ich das und Ja es ist einfach nicht mehr vertikabel mehr steuerbar Einfach ich brauche ein neues Handy Es würde sonst nicht klappen einfach Ist einfach nicht mehr dafür mehr geeignet Einfach früher war das noch ein bisschen geeignet aber Es ist einfach nicht mehr geeignet dafür Und deswegen kann ich es auch nicht mehr schaffen Mit diesem Handy deswegen brauche ich auch ein neues Das auch bessere Flüssigkeit in sich hat Und auch mehr Effizienz einfach damit Ja Aber Ich krieg schon neues Also Ein bisschen mir doch nichts besorgen oder so Ich krieg schon neues bereits Ein geschenk bald Ja So wird es sein Und Und Ab 17. Februar Werde ich abnehmen Offiziell Nämlich Das wird Nämlich bis zum Vom 17. Februar bis zum 28. März gehen Diese Abnehmzeit Dabei werde ich dann sehr viel abnehmen Und Ja mehr als sonst Ja Aber ich hoffe es hat euch das Video gefallen Über die ganzen Leaks und so Was passieren wird Ja Wenn ja dann lasst ein Like und ein Abo da bis zum down B